Hallo liebe StageLight App Community. Im vierten Teil dieser Reihe geht es um das Anlegen und Verwalten von Cues und Cue-Listen. Ich zeige euch, wie ihr Cues aufnehmt, verändert, kopiert, wieder einfügt oder dupliziert. In StageLight gehören Cues immer zu einer Cue-Liste. Dies ist neu seit der Version 3. Um eine Cue anzulegen oder auch aufzunehmen, muss zuvor der Cue-Record-Button geklickt werden. Ab jetzt werden alle Veränderungen aufgezeichnet. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich über Reset die aufgezeichneten Werte wieder löschen und von vorn beginnen. Oder auch komplett abbrechen. Zum Speichern der aufgezeichneten Cue-Daten klicke ich den Plus-Button, hier oder oben in der Navigation-Bar. Damit wird die neue Cue-Liste angelegt und darin die erste aufgenommene Cue gespeichert. In der Cue-Listen-Ansicht wird die neue Cue-Liste dargestellt. Ihr seht den Default-Namen und die Default-Farbe der Liste. Beides könnt ihr hier anpassen. Es gibt auch die Möglichkeit ein Foto auszuwählen oder eins aufzunehmen. Über Capture CITP können auch gerenderte 2D-Bilder verwendet werden. Dazu wird es ein eigenes Tutorial geben. Auch zur OSC-Kommunikation, wo ich hier unten im Textfeld ein Kommando eingeben kann, folgt ein eigenes Tutorial. Ich kann Cue-Listen inklusive der enthaltenen Cues duplizieren. Über den Einstellungs-Button gelangt man zu den Details. Der Typ der Cue-Liste ist automatisch Single-Cue, da die Cue-Liste aus nur einer Cue besteht. Ich nehme eine zweite Cue auf. Zum Beenden und Speichern klicke ich jetzt aber nicht den Plus-Button, sondern drücke so lange die entsprechende Cue-Liste, bis diese leicht zu wackeln anfängt. Jetzt wähle ich die Option Add Cue. Mit dem Hinzufügen der zweiten Cue ändert sich automatisch der Typ der Cue-Liste in Sequenz. Nach dem Aktivieren der Cue-Liste werden die darin enthaltenen Cues der Reihe nach anhand der eingestellten Zeit- und Fading-Optionen abgespielt. Über den Pause-Button oder durch Klicken auf eine Cue kann die Sequenz angehalten werden. Jetzt werden auch verschiedene Bearbeitungs-Iconen aktiv. Wie auch bei den Cue-Listen können auch Cues dupliziert werden. Ich kann eine Cue in die Zwischenablage kopieren und hier oder in einer anderen Cue-Liste wieder einfügen. Über den Bearbeiten-Button können Cues gelöscht, umbenennt oder in der Reihenfolge verändert werden. Mit dem Open Cue in Mixer-Button wird die ausgewählte Cue im Mixer zum Bearbeiten geöffnet. Es wird automatisch der Aufnahmemodus gestartet. Nach dem Anpassen der Cue klicke ich den Cue-Record-Button. Über den Save-Button wird die angepasste Cue gespeichert. Ich könnte hier aber auch eine neue Cue-Liste mit den Änderungen anlegen oder eine neue Cue in einer bestehenden Cue-Liste hinzufügen. Wenn die Sequenz auf Go umgestellt wird, wird die Sequenz nicht mehr per Zeit gesteuert, sondern per Go-Signal. Aktuell kann das nur per MIDI erfolgen. In einem späteren Release wird es dafür auch einen Button im Mixer geben. Um Cue-Listen passend zur Musik zu steuern, gibt es den Typ Chaser. Jetzt erfolgt das Timing per Beats per Minute, also BPM. Wie ihr die Geschwindigkeit mit eurer DAW- oder DJ-Software synchronisiert, zeige ich euch in einem weiteren Tutorial. Das Playback der Cue-Liste kann hier erfolgen oder auch im Mixer. Dazu wählt ihr statt eines Scheinwerfers oder einer Gruppe die entsprechende Cue-Liste aus. Beim manuellen oder automatischen Einblenden wird die Cue-Liste automatisch gestartet und auch wieder gestoppt. Für Cue-Listen vom Typ Chaser gibt es hier eine globale BBM-Steuerung für alle aktiven Listen. Per Tippen kann die Geschwindigkeit angepasst werden. Hast du schon mitbekommen, dass es jetzt eine Stage-Lite-App Community auf Discord gibt? Wenn nicht, der Link ist in der Videobeschreibung. Im nächsten Tutorial geht es um MIDI. Ich zeige euch, wie ihr MIDI-Controller in Stage-Lite verwendet. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues in Stage-Lite gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Marco von Stage-Lite. Bis zum nächsten Mal, euer Marco von Stage-Lite.